Genau. Ihr nehmt mal Platz hier. Ich guck mir jetzt das ganze Theater hier mal an. Aber war das doch schon? Ja, cool. Ein Tier-Trainer. Mal gucken, was jetzt kommt. Wow, was für ein ekliges Ding. Ja, ja, schon besonders, aber... Und weg jetzt. Und weg jetzt. Wow. Aber ich find das sehr schön hier. Dafür, dass wir ein Theater machen, was wir eigentlich nicht angucken müssen. Wir können eigentlich weitergehen. Ihr guys at Exhibition had most of them brewing the wrong mushrooms. Und eben back to the traditional recipe, the new mutants were gone like mooning dew. Wir machen uns das, die zu sehen. Wir machen uns für die Heroes at Exhibition. Und heute ist es weiter. Es ist Zeit, um ein Lyrical-Move zu unserem Show zu bringen. Wir geben euch den Genieus der Musik von Chamberen, der bekanntesten Akkordeon-Player Kolja Bajarni, mit seiner Masterpiece My heart reaches for the sky, but hits the ceiling and falls down the bottom. A round of applause, bitte! Oh! Das hat man etwas gemacht. Das hat man etwas gemacht. Und da auch unter anderem, dass der silberische Baum mit einer Masterpiece Gerstenspitze ist. Das ist das, was wir tun. Das ist das, was wir tun! Auch, bitte! Ja, dann! Verstehe uns hier. Oh, wunderschön. Also bisher muss ich sagen, das Beste. Today, I have the honor of presenting to you the hottest, the most explosive at this side of Atlantic Ocean, the most scorching spectacle of today, our fire show. A round of applause to welcome the performers. Please, please. Aha, a fire show? Oh, cool. Hey, der ganz links, der hat gar nichts in der Hand und der ganz rechts. Kann das sein? Nur der in der Mitte hat irgendwie so ein Stab in der Hand. Ja gut, wer hätte gedacht, dass das überhaupt so was möglich ist? Na ja, also so jetzt so ein schönes Theaterspiel einzubringen. Einfach für Nüsse. Ja gut, eigentlich sind links und rechts die besten. Sie können irgendwie mit Feuer herumwirbeln, ohne dass da ein Stab zwischen ist. Die mind-blowing. Incredible. Simply incredible. If a tiny bit too hot, just a couple of degrees higher, and I'd be shocked. Thank you, dear friends. Thank you. But I must say that however hot that was, the girls were a bit hotter still. Guys, you've got to answer the challenge. Try using the flamethrower, perhaps. And yet we have more, dear audience. Please welcome the Arpegio Virtuoso, the God of Legato, and Demon of Tremolo. The favorite student of Mel Bay and Vladimir Manilov, the premier guitarist of the new age, Viktor Minchuk with his fantasies. Please welcome our Virtuoso. Okay, Gitarrenspieler. So let's get started. Thanks. Let's get started. We have our inspiration. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. But our show for today is over. I hope you've enjoyed it as much as we have enjoyed your company. Thank you and please come again. Yeah, sure. So, dann gehen wir mal hier weiter. Yeah. Hey, man. Time to move on. You, patron of the art. Kunstmesin. Oh, ladies. Oh, Pavel Igervich. So glad to see you. Where have you been? You don't like us anymore? Helen, no. I'm totally in love with you girls, but I've been busy with work. I'm very, very sorry. I'll come back soon. I promise. Yeah. I'm not. I'm sorry. But I'm not. I don't know. I don't know. I don't know. Wunderschön, ja? Ja, es ist ein hartes Leben. Oh, ohne eine Software. Aha, okay. Oh! Boobies! Ich muss hier rein, aber dieser Stuhl steht hier im Weg! Nein, natürlich nicht. Schnell, gehen wir weg. Gut, danke. Ich sage dir, wir sollten gehen, aber aber, äh, lass uns trinken zu dem Faktor, wir sind noch im Leben. Es ist auf mir, okay? Ja. Wo soll ich mich denn hinsetzen? Ach da. Hier bist du. Du hast ein Spezial aus dem alten Stuhl, wenn sie es für halb ein Jahr haben. Hoppa, das ist großartig. Also, lass uns trinken, Artjum. Ja. Puh, ah. Das war gut. Ja, aber unser Bild war doch schon am wackeln. Also, das ist ein gutes Ort. Aber, naja, das ist das beste. Ich habe mich überrascht über die Metro, und die Leute sprechen über die Red Line, dass es da ist, dass es da ist, dass es kein Essen gibt, dass wir die Kameras für nichts machen können, und du kannst sogar noch eine Lade erzählen, warte, lass uns noch einen Drink. Hier geht's, Artjum! Hier ist es. Wauw! Also, ja, unser Leben ist ein bisschen strikt. Eine Partie, eine Lieder, eine Ideologie, aber wir haben Ordnung, und alles ist verabschiedet. Food, medicine, fuel, shelter, kein Reichen, das stimmt. Aber keine Begriffe. Another drink. Und jetzt? Du hast so, dein Qualität! Komm, Artjum! Schau, 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 schau. Und dann? Wauw! Wo war ich? Ja, ja, ja. Schau, schau, die Farse-Azions. Die uns zu vermeiden, schau, 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 das wie die weiße. Verrückung sein, der Leiter zu seinen eigenen Begriffe. Ein Mensch wird ein Ohr. Wart da, da ist alles, was geht. Das ist unsere Heilung. Also kannst du glauben, was aber ich bin rot. Ich bin rot, bis zum Tag ich sterbe. Ich trinke zwei Arter. Also, mein Freund. Das ist so, wie es geht. Das ist so, wie es geht. Ich mache nur meinen Job, um die Red Line zu schützen. Und du? Musketier. Du bist aus der falschen Seite der Barrikade. Was? Privat! Geh diesen Comrade in. Ja, Major. Ja, sicher. Was? Verdammter Verräter! Ah! Verdammt! Super! Ah! Ah! Das war so dumm von mir. Ja. Das war so dumm von mir. Ja. Ich habe das Gespräch von Freundschaft. Die dumm Musketier gesagt, nur du warte. Du warte. Du warte. Du warte. Ich frage mich hier auf warum ich glaube ich bin. Ich frage mich hier auf warum ich glaube ich bin. Verdammt! Ah! Ja, wir werden entkommen. Wir haben noch ein paar Mist. Hey! Stopp das! Bl***! Du bist nur überentwickelt. Du warte. Artyom! Schau, ich denke von dir als mein Freund. Aber als Soldat verstehst du, dass ich meine Ordnungen zu folgen und dich bringe. Okay? Jetzt bist du unter Arrest. Aber vielleicht ist es nicht das Ende der Linie für dich. Ich hoffe. Ich bin der Linie für dich. Ah, super. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist es, Freund. So? Du bist gut hier? Du bist nicht? Ja, Herr. Komrad Moskvin ist hier. Inspektieren die Truppen. Der General General? Ja? Wie ist der Komrad Korbler? Ja, Herr Komrad. Ja, der Komrad General ist hier, auch. Oh, das ist mein Glück. Ok. Die Dinge sind schneller und schneller. Wir sind. Du bist. 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 Ich muss. Du, mein Freund. Was? Da. Die 3 Uhr-Vater des Kommunismus. St. Stalin ist der ganz rechte. Oh, wir waren die noch mal davor. Aber deine Kamraden in der Ordnung. Der Motto ist alles für uns. Was kommt, mein Freund? Nein. Das Bunker, den ihr gefunden habt. Wer kontrolliert, überlebt. Und f*** die Rest uns. Aber wir haben uns vorbereitet. Und ich will euch hier. Sie sind uns. Nein! Nie im Leben! Seid doch verrückt! Verrückt seid ihr alle! Lasst mich hier weg! Wow! Good day, Comrade General! Komrad Morozov. Komrad Morozov. Ich dachte, dass du nicht überlebt hast. Ich bin capturiert. Komrad Korbut. Dieser Ranger hier. Seifmann. Oh! 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 Obwohl nichts geht! Der ist in diesem Labor eingefangen. In diesem Labor eingefangen. Das Telepathic Mutant, der so-called Dark One, ist von extremen Wissenschaftlern. Ich erzähle mich alles, was du wissen, und ich werde dir deine Leben und deine Arbeit mit den Rangers machen. Aber das ist mein Spie und Operativ. Just wie die Musketeers. Ein für alle, und alle für... Sekretär General Comrade Moskvin. Korbut, ich brauche einen Moment. Und was haben wir hier? Ein anderes Feind der Revolution... Hey, der hat einen Hitler-Bart! Perfekt. Wie du immer bemerkt hast, Lönia muss starten lernen, wie seine... Menschen-Skills. As a matter of fact, wir wurden... Ja! Geh deine Wahrheit, Serums! Ich zeige dir ein Motiv, wenn ich das nicht entstanden habe. Fastere... ... und mehr effektiv. Wir werden uns bestimmt verprüfen. Du Scheiße! Spill deine Gäste jetzt! Tell alles, was du wissen, von diesen sechs. Huh? Huh? Eh, eh! Fuck. War klar. Still nothing, huh? Take that bitch! You talk, oder ich fülle deine Bälle in pink fat. Passwort, Codenames, Operation Protocols. What are you doing, Dad? This is called interrogation, Lönia. Interrogation. Business as usual. What? You never did that playing dolls? No! You little shit! There's no power without blood! There is! Your brother rule peacefully. And they still love him. Get back here! God damn it! Alright. Use your drugs. Use hot pokers. Just get everything out of him. And shoot the bastards. And then come to my office. We must irgendwie ausweichen dem Typen und den umbringen. Haben wir irgendwas? Oh. I must agree with Leonid. Brutality is a crooked body. Whoa! Ah! Nein! One injection and you will tell us everything. Man, chop! Put the